Für eine besonders moderne Wohngestaltung können viele unserer Zimmertüren nun auch in der aktuellen Trendfarbe Staubgrau ausgeführt werden. Staubgrau ist für Zimmertüren mit Dura-Decor-Oberfläche der Baseline- und Concepto-Serien sowie der Designline-Serie Stripe 15, Steel und Plain erhältlich. Beispielsweise sehen Sie hier eine Zimmertüre in Staubgrau der Designline-Concepto-Serie mit Dura-Decor-Oberfläche und einer eingeprägten Schieferstruktur. Auch Türen der Designline-Plain können mit Dura-Decor-Oberfläche in Staubgrau ausgeführt werden, wie zum Beispiel diese Tür mit flächenbündig ins Türblatt eingelassenen Lysen in der neuen erhältlichen Farbe Schwarz. Mit der hochwertigen Dura-Decor-Oberfläche entsprechen die Türen nicht nur den aktuellen Wohntrends, sondern sind auch besonders robust und pflegeleicht. Dura-Decor ist nachweislich bis zu 48% stoßfester als durchschnittlich geprüfte CPL-Oberflächen und sorgt für eine hohe Langlebigkeit der Tür. Diese ist auch besonders elegant in Kombination mit den neuen Beschlägen der Hörmann Black Edition in tiefschwarz-matt oder auch in Kombination mit den neuen Türdrückern in Kaschmir-Grau. Dura-Decor, 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 Dura-Decor.